Detektiv Stern Keine Panik, die Pappe ist... Er ist ein ganz harter Bulle. Nehmt Gas, halt drauf! Er denkt, er ist mit allen Wassern gewaschen. Hattest du einen langen Tag? Ja, es war furchtbar. Tu mir einen Gefallen und sag mal was Nettes zu mir. Du bist ein netter Kerl, schade, dass du bald eine Glatze bekommst. Schwarzer Humor, was? Dann bekommt er einen neuen Partner, der tierische Probleme hat. Ist diese Katze immer bei unseren Ermittlungen dabei? Nur wenn sie wie wild darauf besteht. Einen Partner, der völlig verrückt ist. Ich zerquetsche dir deine Rübennase. Seid ihr zwei wirklich Bullen? Ich bin einer, was der ist, weiß ich nicht. Willst du ein paar auf den faulen Zahn? Fall ich dir sehr auf die Nerven. Nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Sie haben keine guten Karten. Hey, ihr Schocken, ich mach euch breit! Ich glaube, die haben was gegen euch. Nein, nicht mehr zu uns umbringen! Ein paar wahnsinnige Jagen. Ich könnte sie zwingen aufzugeben, aber mir schlecht. Leider ist sein Partner ein Zahn. Ja! Tu mir bitte einen Gefallen und überleg dir endlich mal, ob das überhaupt der richtige Job für dich ist. Gene Heckman. Wenn's losgeht, verwandelst du dich in Rambo. Ja, Leute. Dan Aykroyd. Ehrlich! Ich hasse alle Arten von Gewalt, die Harten und die Zarten. Ratsch ihm, hilf mir! Der Harte und der Zarte. Der Kern ist doch nicht ganz dicht. Ihr sch Petri. Wenn ich mir mal wiederholen bin. Also, Kinder gatunen, wo es geht ab, Ey sister?